So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich habe es geschafft, das nächste Level Up von Level 47 auf Level 48. Und ich hatte ja gesagt, ich mache zu jedem Level Up auch ein Video, wo ich dann die Aufgaben nochmal zeige, dass man genau weiß, was man machen musste, Tipps gebe, alles und so weiter. Aber Level 47 zu 48 war ein bisschen komisch. Warum Level 47 hatte die Aufgaben, um auf 48 zu steigen? Erhalte 10 Souvenirs von deinem Kumpel. Verdiene 300 Herzen mit deinem Kumpel. Laufe 200 Kilometer mit deinem Kumpel. Erhalte 8 mal die wöchentliche 25 Kilometer Abenteuer Sink Belohnung. Also, da ist nichts mit Würfen dabei, da ist nichts mit Kämpfen dabei. Ansonsten kann man ja natürlich ein paar Sachen machen oder Feldforschungen oder irgendwas reinschneiden und hin und her und alles. Aber das Weiße hier ging wirklich einfach nur übers Laufen. Laufen, der Buddy findet was. Laufen, es zählt irgendwo dazu. Laufen, man kriegt noch ein Buddy-Head. So, Buddy, natürlich kannst du hier dann drauf, kannst du da erwischen, kannst du einmal spielen. Und das war jetzt nichts, was ich sonderlich verfilmt habe, verfilmen wollte. Meistens hat man die Zeit abgesetzt, gesessen. Man hat die ganzen anderen Sachen gemacht. Man hat die Community-Rates gemacht. Man hat die Tickets alle verfilmt und gezeigt und getan. Nebenbei ist das halt eben auch fertig geworden. Jetzt heute früh kam die letzte Abenteuer Sink Belohnung. 25 Kilometer. Und damit waren die 8 Wochen am Stück voll. Das hat also jetzt wirklich 2 Monate gedauert, bis das Level Up zu Level 48 kam. Was ich aber dennoch zeigen möchte oder kann, ist, was passiert denn, wenn man viel läuft? Man brütet auch Eier nebenbei. Es gehen immer mal Eier auf. Deswegen möchte ich jetzt bei diesem Level Up zu Level 48 euch mal zeigen, was bisher für ausgebrütete Pokémon ich habe. Ist jetzt ein bisschen verworren, weil manche habe ich gebrütet, selber. Manche, die wurden mir getauscht, kamen aber ursprünglich aus einem Ei und haben jemand anderes gebrütet. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal diese Liste hier zeigen. Meine ausgebrüteten Pokémon, die ich jetzt momentan auf der Hand habe. Hier ist Blood and Tears dabei, natürlich. Das ist ein Ignivor. Da seht ihr auch immer die IV gleich dazu. Ein zweisterniges. Hier ist ein Shiny Jonas. Also ein Shiny Fluffeluff. Das war cool. Das war auch selber ausgebrütet. Das war total überraschend. Meistens nehme ich ja nur die unendliche Brutmaschine. Als ich jetzt diese Eierlei-Zugangstickets hatte, habe ich ja jeden Tag eine kostenlose gekriegt. Und das hat mir geholfen, auch an Knaddocks zu kommen. Aber das kommt erst relativ spät. Das ist auch ein getauschtes von einem anderen Account. War aber ursprünglich mal in einem Ei. Das kam auch mal aus einem Ei. Der Ei ist hier jetzt aber sogar ein 96er mit 15, 15, 13. Das sieht sehr gut aus. Der Gefahrloh. Dann habe ich vom Henrich Niki, der hat mir hier mal ein Flampivian getauscht. Das ist ein 98er. Das ist auch cool. Dann kam noch mal ein Ignivor hier drin vor. Der Benny hat mir einen Gaddevar getauscht. Was auch ursprünglich aus einem Ei kam. Dieses Metagross kam mal aus einem Ei. Wurde dann getauscht. Das ist Lucky von Koronika. Die hat mir zur Aufwertung des Accounts einen Brutalander vermacht. Hier haben wir einen, die Beldra. Da sind so viele Glücks-Pokémon auch dabei. Das Thema Glücks-Pokémon ist auf jeden Fall wichtig. Hytera kam mal aus einem Ei. Das kam auch mal aus einem Ei. Da haben wir ein Ignivor auch mal entwickelt. Das ist jetzt hier gerade noch ein Mago FedEx. Das hat auch sehr gute IV. Das ist auch auf Level 50 gepusht. Das finde ich cool. Nochmal Hytera. Monagoras auch 96er. Auch aus einem Ei. Dann haben wir getauscht. Relativ gute IV. Dann ein Stück hochgezogen. Dann haben wir hier nochmal einen Lucario. Hier haben wir nochmal einen Lucario. Hier haben wir einen Rameidon. Hier ist ein Molunk. Molunk hatte ich ja auch viel Glück. Dass ich bei vier Molunks zwei weibliche glaube ich dabei hatte. Vylord ist noch am Start. Cognodon mit relativ gutem IV. Nochmal Ignivor. Also Ignivor hatte ich halt immenses Glück. Togepi. Cognodon. Nochmal Zickzacks. Gebrütet. Aus einem Ei. In Shiny. Skalük. Gebrütet. Aus einem Ei. In Shiny. Wieder Ignivor. Skalük. Shiny mitgenommen. Balgoras. Nochmal mit gutem IV. 100%. Pam pam. Gebrütet. Letztens erst entwickelt. Dann ein Stück hochgezogen. Weil irgendwie finde ich das Design cool. Das hat was. Ich nehme das Video jetzt übrigens hier Ende Januar auf. Deswegen ist Mosquito immer noch das Raid-Maskottchen. Das Kanal-Maskottchen. Dann habe ich einen Amphira auch entwickelt. Weil ich ja zwei weibliche hatte. Damit ich das auch so habe. Ist auch ein 96er. Miniras aus dem Ei. Togepi. Shiny aus dem Ei. Togepi aus dem Ei. Togepi. 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 96er. Wommel. Shiny. Aus dem Ei. Gebrütet. 21.1. Heute ist 29.1. Das ist noch relativ neu. Togepi. Frospino. Aus dem Ei. Magpi. Shiny. Aus dem Ei. Olini. Aus dem Ei. Togepi. Aus dem Ei. Dratini. Aus dem Ei. Dratini. Aus dem Ei. Rokara. Tanel. Stalos. Mal ursprünglich aus dem Ei. Dann aber gepusht. Rüber getauscht. Lucky geworden. Dann Mega-Entwicklung mit dran gemacht. Ignivor. Wieder mal. Togepi. Knattox. muss ich für einen Pogedex-Eintrag eins entwickeln. Ich weiß gerade nicht welches. Mach ich den jetzt hier auch mit dabei? Mach ich den nicht? Mach ich den woanders? Da ist Knattox einmal drin. Drei Sterne. Okay. Da kam dann wieder Molung. Dann kam wieder Molung. Dann kam wieder Knattox. Dann haben wir nochmal Knattox. Wieder Molung. Und Knattox. Oh mein Gott. Skalük. Molung. Skalük. Knattox. Und fertig. Und das waren alle ausgebrüteten Pokémon, die ich momentan habe. Ich will jetzt trotzdem mal auf Knattox gehen. Und glaube ich hier auch noch den Pogedex-Eintrag holen. Also das Beste, was ich habe, ist das hier mit 632. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Zwei sitzen in einem Showcase. Größtes, Schwerstes. Das sitzt in einem Showcase. Kleinstes, Leichtestes. Bei den anderen steht nichts dran. Damit das mit dem Showcase nicht irgendwie konkurriert, würde ich dieses Knattox jetzt hier für 50 Bonbons einfach entwickeln. Denn das ist in keinem Showcase drin. Eins habe ich Schenaya versprochen, dass sie nicht brüten muss. Weil ich ja jetzt ein paar habe. Das entwickle ich jetzt für den Pogedex-Eintrag. Da ist das auch abgeschlossen. Dann habt ihr noch ein kleines Highlight hier in dem Video. Und jetzt haben wir statt Knattox, Knattatox, Pogedex-Eintrag hier registriert. Ich zeige euch meine Eier 1628. Ja, macht man damit was? Wahrscheinlich nicht. Power-Up. Das würde auf 3200 gehen. Kommt sogar höher, als ich dachte. Ist Stahl und Gift. Jetzt stellt euch vor, oh, jetzt ist gerade hier das Level-Up da. Er ist jetzt auf Level 48 gestiegen. Ich kann euch sogar die Statistik, glaube ich, zeigen. Wenn ich hier... So kann ich nicht scrollen. Wenn ich hier reingehe, kann ich euch auch die Statistik zeigen für Level 48. Ich habe das mal abgescreent. Wir hatten 41.000 gefangene Pokémon. Wir hatten 10.000 besuchte Pokestops. Und wir hatten 80 gewonnene Raids. Und da der Account ja Free-to-Play ist, ich wirklich nur den täglichen Pass habe, müsst ihr euch jetzt vorstellen, ein Pass pro Tag, 8 Wochen lang, 2 Monate lang. Wir haben also 30 Tage und nochmal 30 Tage, sind 60 Tage. Aber ich habe 80 Raids gemacht. Es war zwischendrin aber ein Raid-Day, wo es eben statt... Weil ich ja ein Ticket gekriegt habe, habe ich am Raid-Day natürlich dann 14 Raids machen können an einem Tag. Und es war noch ein zweiter Raid-Day drin, wo ich ja nochmal 14 Raids an einem Tag machen konnte. Das ist gut. Das hat die Raids auch ein bisschen gepusht. Also 80 Raids gemacht von Level 47 auf Level 48. Und das ist jetzt mein Level 48 Video. Jetzt müssen wir, um auf Level 49 zu kommen, kann ich euch auch die Aufgaben aber nochmal zeigen. Tausche 10 Mal Pokémon, die mindestens 300 Kilometer voneinander entfernt gefangen wurden. Erhalte 50 Glücks-Pokémon durchtauschen. Schicke 500 Geschenke an Freunde. Wenn man eh unterwegs ist, die Geschenke... Das Geschenke verschicken mache ich immer abends. Tagsüber kann man sammeln. Das macht auch das Gotcha, das macht auch das Go Plus Plus. 10 Mal tauschen mit 300 Kilometer. Ich habe etliche noch auf kleinen Accounts, wo ich mir rüber tauschen kann. Ich habe etliche auf kleinen Accounts mit weiten Entfernungen. Ich habe etliche Leute, die welche haben, die mir tauschen würden. Da ist die Community, denke ich mal, kann ich darauf zählen, dass das mit den 300 Kilometer kein Problem ist. 50 Glücks-Pokémon. Hört sich gerade viel an. Aber ich habe gestern zwei Glücksfreunde bekommen. Ich habe heute einen Glücksfreund bekommen. Ich bin mit einem Account selber auch noch Glücksfreund. Und ich habe auf dem kleinen Account auch noch ganz viele Pokémon von 2016, 17, 18. Da werde ich einiges rüber tauschen, um die 50 Glücks-Pokémon zu erhalten. Das heißt, es wird auch ein Video zu Level 49 geben. Da seht ihr dann wieder die Statistik und alles. Und vielleicht kann ich euch sogar die Glücks-Pokémon zeigen. Diese 50 Stück im nächsten Video, die ich gekriegt habe, um Level 49 zu erhalten. Ansonsten, Adi Schatz, schön, dass du da bist. War es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.